Herzlich willkommen zum Wochenabschluss mit WeA Self-Invest und Fit for Finanzen mit dem Blick auf die Märkte auf spannende Aktien aus dieser Woche und schon im Ausblick, was uns nächste Woche hier erwarten könnte. Der Roland Jägen ist gleich dabei, mein Name ist Andreas Bernstein, nach dem Intro geht's los. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag zusammen. Ja, was für eine Woche, eine Woche, die erstmal ein bisschen träge begonnen hatte seitens der Wall Street, da gab es ja den Feiertag am Montag, aber die Volatilität, die hat es durchaus wieder wettgemacht, oder? Ja, das auf jeden Fall. Auf der einen Seite der DAX auf Stabilisierungskurs, könnte man sagen, der hat sich schon gestern erholt und setzt diese Erholung auch heute fort. An der Wall Street haben wir auch schon wieder neue Allzeithochs gesehen im Nasdaq entsprechend, von daher, da hat sich einiges getan, auch bei den Einzelwerten. Wir sind ja mitten in der neuen Quartalssaison, da gab es einige spannende Quartalszahlen, insbesondere schon aus dem Chipsektor und in der nächsten Woche geht es da fulminant weiter. Genau, also die Banken hatten schon berichtet, einige Hochstufungen im Chipsektor und auch bei den Anleihen war richtig Bewegung drin und das ist ja das, was letzten Endes hier zurückstrahlt auf den Aktienmarkt, denn wir haben immer noch die Fragezeichen im Kopf, wann kommt denn überhaupt eine Zinssenkung in den USA? Ganz genau, also Zinssorgen oder auch Zinssenkungshoffnungen beschäftigen weiterhin ganz klar die Märkte und ja, zwischenzeitlich war es schon so, dass sechs bis sieben Zinssenkungen eingepreist waren für dieses Jahr, aktuell sind es wieder sechs, weil sowohl die Arbeitsmarktdaten, das haben wir ja gesehen, sehr robust ausgefallen sind, als auch andere Konjunkturindikatoren darauf hindeuten, dass ja, die Wirtschaft ist stabil, die Inflation hat nochmal leicht angezogen, sodass vielleicht doch ja, das Thema der ersten Monate dieses Jahres sein könnte, higher for longer. Von daher darf man gespannt sein, schon auf die Notenbank-Sitzung und ob dann wirklich der erste Zinsschritt im März kommt und wie viele dann wirklich noch folgen werden. Ja, kann man dann gleich mal drauf schauen, was da die Erwartungen sind. Vielleicht noch einen Nachsatz zu den Arbeitsmarktdaten vor einer Woche, das war ja der offizielle Arbeitsmarktbericht und jede Woche werden die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung vermeldet und die kamen gestern über die Ticker und waren tatsächlich so niedrig wie das letzte Mal im Januar 2023. Genau, das gibt dann vielleicht doch Hoffnung, von daher darf man gespannt sein, wie diese ganzen Zahlen sich auch in den nächsten Wochen entwickeln und wie sich die FED dann auch positionieren wird. Genau, apropos Zahlen, wir schauen erstmal auf die Zahlen vom DAX. Du hast schon gesagt, er hat sich erholt, das heißt, er muss ja davor erst einmal unter Druck geraten sein. Genau, er ist in der Tat unter Druck geraten in dieser Woche, hat dann hier auch am Mittwoch ein neues Jahrestief ausgebildet, ist unter die Tiefs zurückgefallen, die wir hier schon Anfang Januar gesehen haben, aber weiterhin ist dieser Unterstützungsbereich oder potenzielle Unterstützungsbereich hier sehr, sehr wichtig. Im Future bei ca. 16.560, 570 im Kassamarkt, ca. 100 Punkte tiefer aktuell und da hat man doch Kaufinteresse gefunden, schon am Mittwochabend leicht ist und das hat sich gestern im Laufe des Handelstages fortgesetzt und das sehen wir jetzt gleich auch in den kleineren Chartbildern, wenn man zum Beispiel sich die volumenbasierten Indikatoren hier einmal auf Monatsbasis anschaut. Was hat sich bisher getan? Wir sind zurückgefallen, letztendlich befinden uns aber weiterhin auch innerhalb der Range und innerhalb der Value Area des Vormonats, also des Dezembers 2023, kommen jetzt zurück und sind jetzt ziemlich genau aktuell auf dem, in Anführungszeichen, fairen Preis des aktuellen Monats, also der logengewichtete Durchschnittspreis des aktuellen Monats. Dort gab es kleine Gewinnmitnahmen schon in den letzten, ja, in den letzten Stunden, in den letzten anderthalb Stunden und das ist ein wichtiges Niveau, denke ich, auch noch für den heutigen Tag und dann vielleicht auch schon für die kommende Handelswoche über circa 16.750 wäre dann auch wieder der Weg frei zu höheren Kursniveaus. Darunter könnte dann durchaus auch nochmal der Druck vielleicht etwas zunehmen. Auf Wochenbasis, was hat sich da getan? Man sieht ganz klar zunächst eine abwärts gerichtete Trendwoche bis circa späten Nachmittag des Mittwochs und dann die Erholungsrallye, die ja über den gestrigen Handelstag hinweg sich fortgesetzt hat, bis in den heutigen Tag hinein. Wir kämpfen aktuell hier auch damit, dass ein weiteres potenzielles Widerstandsniveau auf einem ähnlichen Kurs bei circa 16.750, also die Value Area Zone der Vorwoche, das Value Area Tief der Vorwoche, das heißt, wir sind ja schon aus der Range der Vorwoche rausgelaufen, sind zwar jetzt wieder in die Range zurückgekehrt, befinden uns aber noch unter der Value Area der Vorwoche, also der Bereich, wo auch das meiste Volumen ausgebildet worden ist in der letzten Woche. Von daher ein kleiner Widerstandsbereich und da haben wir auch schon etwas Druck hier in den letzten Handelsstunden gesehen. Ist das wirklich nur aus dem Chartbild, so ein Widerstandsbereich oder hängt das mit dem kleinen Verfallstag vielleicht zusammen? Da gab es ja jetzt auch die Abbrechung. Genau, der kleine Verfall spielt da natürlich auch immer mit rein. Man sieht sehr häufig auch vor dem Verfallstag, dass da die Märkte doch nochmal eine Aufwärtstendenz zeigen. Von daher war das gestern nicht untypisch, dass vor dem Verfallstag da auch nochmal eine Gegenbewegung gestartet wurde. Und ja, es ist auch recht typisch an dem Verfallstag, dass man oft eine relativ enge Range hat, weil dann doch die großen institutionellen Anlegern, die den Markt häufig in der Range halten, im Bereich von großen Marken, also 16.700, 16.750 waren hier im Future sicherlich die wichtigen Abrechnungspreise. Ja, lass uns doch mal gern auf diese Tiefs eingehen. Wenn man sich den Chart zusammenzoomt zwischen kurz vor Weihnachten bis eben zu den aktuellen Daten, gab es ja eine Seitwärtsrange. Da ist ja DAX auf der Oberseite nicht rausgekommen. Und dieser Ausbau auf der Unterseite im Future unter die 16.500, das hätte ja auch trendbegleitend weitergehen können. Genau, hätte sich durchaus fortsetzen können. Also die Zeichen waren Mitte der Woche doch sehr, sehr negativ. Aber die Gegenbewegung gibt jetzt auf jeden Fall hier dem Bullen recht, dass das große Chartbild doch nicht allzu negativ ist und es doch vielleicht nur eine kleine Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend ist. Und so sieht es ja auch auf Tagesbasis hier weiterhin aus. Also es ist ein Rücksetzer, aber wenn man es mal vergleicht mit der großen Aufwärtsbewegung, die wir seit Ende Oktober hier gesehen haben im DAX, ist es doch nur ein moderater Rücksetzer. Und ja, man könnte fast sagen, eine ABC-Korrektur in dem Bereich der vorherigen Hochs. Und daher aus Markttechnik-Sicht vielleicht schon ein interessantes Kaufsignal. Vor allem kam so ein Rücksetzer ja von den Allzeithochs und ist noch nicht am Allzeithoch wieder angelangt. Du hast schon angedeutet, dass es bei den US-Futures anders aussieht. Wenn wir uns den Nasdaq gleich mal greifen, der notiert nämlich vorbürstlich auf einem Allzeithoch und der hatte eine Korrektur von 800 Punkten zwischenzeitlich. Ganz genau. Der kam relativ stark zurück in den ersten Handelstagen in diesen Jahres, aber hat jetzt auch wieder den nächsten Aufwärtsimpuls hier hingelegt und quotiert in der Tat aktuell hier auf neuen Allzeithochs. Und die könnten dann um 15.30 Uhr hier auch im Kassehandel bestätigt werden. Von daher eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, insbesondere in den letzten beiden Handelstagen jetzt. Jetzt quotieren wir hier im Bereich von 17.250. Ja, die Chipwerte waren sehr, sehr stark in dieser Woche. Die Taiwan Semiconductor hat Zahlen vermeldet und gab dann vielleicht so den richtigen Schub und hat den ganzen Sektor mitgezogen. Nvidia auch auf Allzeithochs, da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen. Ja, sehr gerne. Wenn man das nochmal in Einklang bringt mit den Volatilitäten, du hast ja den Faust-Docs aus Europa hier immer im Programm, die dürften ja deutlich angezogen sein in diesem Jahr. Die sind leicht angesprungen in der Tat, bis in den Bereich von ca. 16 Punkten, kamen aber jetzt auch in den letzten beiden Tagen wieder zurück. Von daher, man handelt immer noch auf niedrigem Niveau, wenn man es mal vergleicht mit den Punktwerten, die wir hier schon im Oktober gesehen haben. Da war der Faust-Docs hier schon über 20, auch über 22 längere Zeit, ist dann wirklich sehr, sehr stark gefallen und hat sich jetzt hier so ein bisschen eingependelt im Bereich von ca. 14 bis 16 Punkten und ist noch nicht wirklich stark angesprungen. Das waren tatsächlich im Oktober dann ja auch die Tiefs-Kurse, die wir im Neste gesehen haben vor der fulminanten Rallye. Bei den US-Indizes bleibend ist der Dow Jones immer noch in der Konsolidierung, zwar heute vorbürstlich sehr, sehr stark. Ich sehe hier 300 Punkte plus ab den Tiefs, aber der hat weder die Konsolidierung bis zum alten Allzeithoch hier vollzogen, noch ist er von den neuen Allzeithoch weit weggerutscht. Genau, deutlich weniger volatil als z.B. der Nesteck. Er hatte auch eine Korrektur hier hingelegt, aber konnte keine markanten Unterstützungsniveaus testen. Vielleicht die ganz kleine Unterstützung in Form dieses kleinen Rücksetzers, den wir hier kurz vor Weihnachten gesehen haben, in dem Bereich von ca. 37.400 hier im Future. Dort haben wir am Mittwoch und gestern auch vorbürstlich eine gewisse Zeit gehandelt und von dort gab es jetzt schon wieder den nächsten Aufwärtsimpuls hier. Und ja, man ist nicht so weit entfernt von den Allzeithochs, also die sind durchaus in Reichweite hier auch innerhalb eines Handelstages. Von daher, die 38.000 könnte vielleicht am heutigen Handelstag schon wieder ein Thema werden. Und ja, knapp darüber liegen dann auch die Allzeithochs. Das dürfte auf alle Fälle spannend sein, insbesondere weil auch die Schwergewichte angesprungen sind. Da kommen wir gleich noch drauf, so vor den S&P 500. Natürlich, das ist der Future mit dem größten Handelsvolumen in den USA, wo auch die meisten Marktteilnehmer drauf schauen. Der hatte das Allzeithoch ja noch gar nicht erreicht. Genau, und steht aber auch jetzt kurz davor, also im Future hatte das erreicht, im Kassahandel noch nicht. Und er testet aber jetzt schon wieder die Host, die wir hier auch Anfang des Jahres gesehen haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem dieser Bereich doch jetzt mehrmals getestet worden ist, dass dann auch in Kürze hier im Future die 4.850-Punkte-Marke fällt und damit dann auch im Kassabereich hier neue Allzeithochs markiert werden. Ja, ein Asset haben wir auf alle Fälle noch, bevor wir auf die Aktien näher eingehen, den Bitcoin. Das interessiert ja viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Zulassung des ETFs ist nochmal ganz kurz ein Spike zu 49.000 entstanden und mittlerweile ja 20 Prozent Abschlag fast. Genau, der Markt kommt zurück und testet aktuell hier auch dieses Unterstützungsniveau, das wir glaube ich hier am Montag schon mal angesprochen haben. Der Markt kam entsprechend zurück, war ja fast an die 50.000 herangelaufen zum Ende der letzten Woche hin, kommt jetzt zurück und testet wirklich eine sehr, sehr wichtige Unterstützung hier bei ca. 41.000 hier im Future. Aktuell, die Marke hat uns im Dezember schon das ein oder andere Mal beschäftigt. Von daher ein wichtiger Unterstützungsbereich, sollte der halten, könnte hier vielleicht der nächste Aufwärtsimpuls gestartet werden. Darunter könnten aber auch sehr schnell weitere Abschläge folgen. Also es ist ein sehr wichtiges Niveau, das man heute oder auch in den nächsten Handelstagen mal genau verfolgen sollte. Darunter ist noch ein kleines Gap hier im Future offen und dann könnte sich auch die Dynamik auf der Unterseite fortsetzen, fast bis in den Bereich von 36.000 Punkten. Also da liegt das Value Area hoch des letzten Jahres. Also durchaus eine sehr entscheidende Marke, die ja aktuell getestet wird und wo die Bullen und Bären so ein bisschen kämpfen und versuchen diese Markte zu verteidigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite versucht man den Druck zu erhöhen, um vielleicht die Marke zu brechen. Ja, und da wird sich wahrscheinlich bestätigen, dass es eine Art Sell-on-News war, denn da wurde viel erwartet, am Ende dann geliefert, aber im Nachgang muss ja erst noch das ganze Kapital investiert werden in den Bitcoin und wie es aktuell ausschaut, ist das noch nicht geschehen. Ganz genau. Das ist ein sehr typisches Phänomen, beide Rumors sell the news und das ist hier fast wirklich wie aus dem Lehrbuch abgearbeitet worden in Bitcoin. Von daher, es dauert dann häufig doch einige Zeit, bis dann auch letztendlich die Fonds, die jetzt aufgelegt worden sind, also die ETFs, dann entsprechend auch das Volumen kaufen. So schnell agieren in der Regel ja auch nicht die Privatanleger und investieren da wirklich Milliarden in die Bitcoin-ETFs. Es dauert ein bisschen, aber auf lange Sicht hilft das sicherlich dem Bitcoin und auch allgemeinen Kryptowährungen, aber ganz kurzfristig hat das nicht unbedingt die großen Auswirkungen. Ja, ich habe auch mal bei mir im Umkreis nachgefragt, da kommen auch keine Milliarden zusammen, die investieren wollen. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Soweit zu den Sentimenterhebungen. Jetzt sind wir auch schon beim Aktienbereich und da würde ich tatsächlich mit der Apple anfangen, denn da gab es drei verschiedene Schlagzeilen. Die erste war, dass die Verkäufe in China ein bisschen stottern. Die zweite war dann, dass Microsoft an der Marktkapitalisierung von Apple vorbeigezogen ist. Und die dritte war tatsächlich dann gestern, oh, auf einmal doch eine Kaufempfehlung. Genau. Und die Aktie, die hat doch positiv reagiert, jetzt schon in den letzten zwei, drei Handelstagen, hat hier auch im Verlauf dieser Woche nochmal ein interessantes Unterstützungsniveau getestet. Also genau wie in der letzten Woche zu Beginn des Jahres, dann hier auch den 200-Tage-Durchschnitt fast punktgenau getestet. Doch kam wieder Kaufinteresse auf am Mittwoch. Und dann von Mittwoch auf Donnerstag sehen wir das Aufwärts-Gap und auch heute nochmal höhere Kurse hier vorbörslich. Aktuell quotieren wir ziemlich genau auf dem 50-Tage-Durchschnitt und auch im Bereich dieses Gaps, das hier noch offen ist, über den Jahreswechsel. Und das könnte vielleicht dann auch schon heute ein Stück weit geschlossen werden. Und da muss man schauen, darüber ist dann der Weg letztendlich schon wieder frei, Richtung Allzeithochs und dann auch in Richtung 200-Dollar-Marke, weil darauf warten sehr, sehr viele bei der Apple-Aktie. Vielleicht ist es dann in Kürze soweit, vielleicht zu den Quartalszahlen, das würde vielleicht passen, oder kurz danach, diese runde Marke dann auch zu erreichen. Von daher, der Aufwärtstrend ist intakt und nach diesem Rücksetzer hat man schon wieder im Verlauf dieser Woche hier reges Kaufinteresse gesehen. Genau, vor allem die Bank of America, die hat hier nämlich den Titel hochgestuft von neutral auf buy und mit einem Koststil von 225 US-Dollar. Das ist ja noch ein Stück. Das ist ein gutes Stück weit noch entfernt. Von daher als Zwischenziel die 200-Dollar-Marke und dann perspektivisch sicherlich auch die 225-Dollar-Marke. Nicht unbedingt durch Wachstum beim iPhone, sondern durch künstliche Intelligenz. Die sollen aber ins iPhone mit integriert werden. In den nächsten Produkten hört man aus dem Konzern genau, das weiß man selbstverständlich erst zur Produktpräsentation. Das bringt uns zum anderen großen Platz, bei der Marktkapitalisierung zu Microsoft. Da gab es ja auch als Seithochs schon ein Stück weit davor. Deswegen konnte der Konzern den Apple-Konzern ja auch erst überholen. Genau, die Aktie ist besser ins neue Jahr auch entsprechend hier gestartet. Man hat längere Zeit hier im Dezember konsolidiert auf hohen Niveaus hier im Bereich von ca. 365 Dollar. Und dann, ja nachdem zu Beginn des Jahres hier der 50-Tage-Durchschnitt getestet wurde, gab es quasi den nächsten Aufwärtsimpuls. Und jetzt sind wir nicht mehr weit von der 400-Dollar-Marke entfernt. Also das Hoch hier entsprechend schon vorbürslich bei 398,48. Von daher, vielleicht steht die 400-Dollar-Marke hier heute schon während des Kassahandels an. Ja, und da wollte ich dich, weil ich weiß, dass du auch Windows benutzt, mal fragen, nutzt du denn schon den Co-Piloten? Nein, den nutze ich in der Tat noch nicht. Also ich nutze in der Regel meistens auch noch eine ältere Version von Windows und nicht die aktuelle. Von daher Windows 10 ist sicherlich noch sehr, sehr gut. Viele haben schon auf Windows 11 umgestellt, aber da gibt es natürlich auch Kritikpunkte und viele warten ja schon auf den Nachfolger. Von daher, mit den aktuellen Features habe ich mich in der Tat noch nicht beschäftigt. Ich kenne mich da null aus mit Windows, aber Windows 11, gab es nicht schon 95 die Version? Windows 95, die muss doch höher liegen. Nee. Windows 95 ist schon eine lange, lange Zeit her, ja, aber das war sicherlich eine der stabilsten Versionen und eine, die sehr, sehr lange genutzt worden ist und danach auch Windows 98. Und jetzt darf man wirklich gespannt sein, wann Microsoft dann auch die nächste Version rausbringt. Ja, gut, war ein ganz klarer Witz. Windows 95 ist natürlich auf die Jahreszahl bezogen, wo es rauskam und nicht die Versionsnummer. Aber Co-Pilot ist tatsächlich der künstliche Intelligenzassistent, den man zuschalten kann für ganz viele Sachen. Der kostet 22 Euro im Monat und der könnte nochmal für weiteres Wachstum sorgen. Könnte für weiteres Wachstum sorgen. Also hier versucht man auf jeden Fall auch Service-Umsätze zu generieren. Das sieht man ja sehr, sehr häufig im Technologie-Sektor. Das ist nicht wie üblich bei Microsoft häufig dieser Einmalkauf war in der Vergangenheit, sondern es gibt ja jetzt auch im Windows- oder im Office-Bereich auch Lizenzen, die man dann auch für Jahresbasis kaufen oder leasen kann letztendlich. Und da versucht man immer mehr auch in diesem Bereich durch verschiedene Zusatz-Services hier Umsatzeinnahmen zu generieren und dadurch natürlich letztendlich auch Gewinne. Wer das letzten Endes auch versucht, ist ja Meta-Plattforms. Also der Facebook-Konzern Mark Zuckerberg hat erst neulich gesagt, er möchte eine KI entwickeln, die menschenähnlich wirkt. Klar, in einem sozialen Netzwerk kommt das wahrscheinlich auch besser an als Roboter-KI und da wurden auch just die Kursziele hier erhöht gestern und zwar von 375 auf 435 von dem Kollegen Berndstellen. Genau, und da ist man ja wirklich jetzt knapp davor, hier auch die Allzeithochs zu erreichen. 384,33 waren hier die alten Hochs aus dem September 2021. 2021 und ja, das Jahr ist auch stark gestartet hier für die Meta. Man hatte ja hier im Dezember den kleinen Rücksatz so zum 50-Tage-Durchschnitt und seitdem wirklich einen starken Impuls hingelegt und dann nochmal Ende des letzten Jahres, zu Beginn diesen Jahres kurz geschwächelt für zwei, drei Handelstage. Aber seitdem hat die Aktie schon wieder Fahrt aufgenommen und könnte auch in dieser, vielleicht sogar in der nächsten Woche dann neue Allzeithochs hier markieren. Und das Thema Allzeithoch, das haben wir auch bei AMD. Jetzt sind wir tatsächlich schon bei den Chip-Herstellern, die auch gestern sehr, sehr stark performt hatten. Da gab es auch Hochstufungen für die AMD-Aktie von mehreren Brokerhäusern und die hat tatsächlich gestern mal ganz kurz ein neues Allzeithoch übertroffen und müsste punktgenau draufliegen oder jetzt ein paar Cent drüber. Ganz genau, wenn man hier die alten Hochs einmal einzeichnet, dann sieht man, dass man ziemlich genau auf diesen Niveaus aktuell quotiert, dass die lagen bei ca. 164, 164,5 und die hat man gestern in der Tat rausgenommen. Da gab es eine fulminante Aufwärtsbewegung und jetzt quotiert man aktuell ziemlich genau auf diesen Niveaus im Bereich von 165 Dollar. Also eine sehr, sehr starke Trendbewegung eigentlich schon seit Beginn des Novembers des letzten Jahres. Also kaum Rücksetzer hier zu verzeichnen und jetzt wirklich nochmal die dynamische Bewegung auf der Oberseite. Ja, hier sollte man natürlich nicht auf einen Ausbruch spekulieren, weil sehr häufig sieht man dann auch, nachdem kurz neue Hochs ausgebildet worden sind, dann zumindest gewisse Gewinnmitnahmen, vielleicht sogar nur eine Seitwärtskorrektur. Aber da sollte man, wenn man in die AMD investieren möchte, doch eine Korrektur abwarten und dann gibt es sicherlich weitere Möglichkeiten, in diesen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend hier einzusteigen. Ja, das denke ich auch vor allem, wenn ich auf die Produktlinie schaue, da gibt es an ganz vielen Ecken Preisesenkungen, nicht nur bei Grafikkarten. Und vielleicht ist das ja was, was am Ende beim Umsatz fehlt. Ja, ganz genau, sehe ich ähnlich. Ja, und da kommen wir gleich zur Nummer 1, Nvidia. Die Aktie scheint auch kein Halten zu kennen und die hat, wie du eingangs schon sagtest, davon profitiert, dass auch Taiwan Semicontakte gesagt hat, die Zahlen sind super und bei Nvidia ist nochmal super immer draufzulegen, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also die Aktie hat ja mehrmals im letzten Jahr diese Hürde von 500 Dollar getestet. Da gab es immer wieder kleine Rücksetzer und dann zu Beginn dieses Jahres letztendlich diese Marke rausgenommen und seitdem kennt die Aktie kein Halten mehr. Die 550 Dollar Marke wurde förmlich pulverisiert, könnte man sagen und jetzt quotiert man schon im Bereich von 580 Dollar und höher. Vorbörslich lag man im Hochschirm bei 583 Dollar, also eine sehr, sehr starke dynamische Aufwärtsbewegung und jetzt rückt schon fast die 600 Dollar Marke hier in den Fokus der Anleger. Also die Aktie kennt weiter aktuell kein Halten. Jetzt verknüpfen wir mal die beiden Themen. Die künstliche Intelligenz von Meta und Nvidia, denn Mark Zuckerberg möchte genau von Nvidia diese Chips kaufen. Ganz genau. Von daher, die Chips von Nvidia werden überall benötigt, insbesondere natürlich auch bei einer Meta oder bei anderen großen Konzernen, um ihre KI-Projekte weiter voranzutreiben. Von daher, die Nachfrage ist ganz klar da und die kann man auch sehr gut bedienen aktuell. Von daher sprudeln die Gewinne wirklich immer weiter vor sich hin. Ja, das wollen wir uns anschauen. Auch in Zukunft weiterhin, wer soll das bezahlen, ist natürlich die Frage dabei. Und da sind wir auch schon bei den Banken. Da gab es nämlich in dieser Woche noch weitere Quartalszahlen. Vielleicht fangen wir mal mit einem kleineren Wert an mit einer Charles Schwab, einer der renommiertesten Online-Broker. Aber man kann sogar fast sagen, die haben das Online-Brokerage miterfunden oder geprägt zumindest. Ganz genau. Und die haben auch Zahlen vermeldet, kommen aktuell weiter zurück von den Hochs, die wir Mitte Dezember gesehen haben. Und die Aktie hat jetzt im Verlauf des vorgestrigen Handelstages hier den 50-Tage-Durchschnitt fast punktgenau getestet. Es war kurzzeitig darunter, hat dieses aber zügig zurückerobert und diese Marke von ca. 62,5 Dollar auch im Verlauf des gestrigen Tages halten können. Von daher, das ist sicherlich ein potenziell wichtiger Unterstützungsbereich auch für die nächsten Handelstage. Solange wir oberhalb von ca. 61,5 bis 62 Dollar handeln, könnte hier vielleicht die Aufwärtsbewegung fortgesetzt werden nach dem Rücksetzer und dem kleinen Rückschlag, den die Aktie zu verzeichnen hatte. Vom Gewinn und vom Umsatz lag man unter dem Vorjahr. Das Quartal war allerdings besser, was das EPS angeht, als man erwartet hatte, 4 Cent drüber. Und im nächsten Jahr soll tatsächlich wieder ein gutes Wachstumsjahr werden. Also da schaut man positiv nach vorne. Genau, der Ausblick durchaus positiv. Und jetzt muss man schauen, ob der Markt das schon eingepreist hat oder ob vielleicht hier noch Potenzial vorhanden ist. Zumindest im ersten Zuge vielleicht noch mal ein bisschen im Bereich der Hochs aus dem Dezember des letzten Jahres. Und ja, man ist ja weiterhin auch innerhalb dieser Range, die uns zu Beginn des letzten Jahres hier ja quasi kreiert worden ist. Nach dem Absturz im März letztendlich, als die Bankwerte so unter Druck geraten sind, hat man sich danach in einer langen Konsolidierungsrange hier eingependelt und die konnte man bisher immer noch nicht auf der Oberseite verlassen. Von daher, ja, perspektivisch ist da Potenzial vorhanden. Aber jetzt muss man schauen, ob da dann auch letztendlich die Zahlen geliefert werden, die man für dieses Jahr erwartet. Wir hatten schon über Goldman Sachs gesprochen zum Wochenauftakt. Deswegen lassen wir uns morgen Stanley gern dazunehmen. Die zwei Investmentbanken, die sind ja ungefähr auf Augenhöhe und profitieren natürlich davon, dass es eine Menge Merge und Acquisitions in diesem Jahr gab. Aber auch von den hohen Zinsen profitieren beide. Ganz genau. Und die Aktie kam jetzt auch zurück, schon vor den Quartalszahlen. Aber diese Abwärtsbewegung, die hat sich jetzt fortgesetzt. Man konnte nicht ganz die Hochs hier auch aus dem Sommer des letzten Jahres erreichen. Vor den Zahlen ist jetzt letztendlich zurückgefallen, aber auch auf ein interessantes Niveau. Also der 200-Tage-Durchschnitt und der 50-Tage-Durchschnitt liegen hier aktuell sehr, sehr nah beieinander im Bereich von 84 bis 85 Dollar circa. Wir haben ganz leichtes Kaufinteresse gestern gesehen in der letzten Handelsstunde. Von daher muss man schauen, ob sich das vielleicht am heutigen Handelstag fortsetzt. Ich denke, über 85 Dollar kann man hier durchaus weiter auf eine Aufwärtsbewegung spekulieren. Aber sollte die Aktie doch weiter unter Druck geraten, sollte man dann auch die Reißleine ziehen. Also unter 82,5, 82 Dollar könnte die Dynamik auch auf der Unterseite zunehmen. Von daher sicherlich auch eine Aktie auf einem interessanten Kursniveau für die nächsten Handelstage. Und da muss man schauen, in welche Richtung die Aktie sich dann in der Folge bewegt. Im direkten Vergleich waren die Quartalszahlen schlechter als die von Goldman Sachs. Man hat 1,5 Milliarden hier verdient. Und Goldman Sachs hat rund 2 Milliarden verdient. Aber wenn man sich das Gesamtjahr anschaut, da liegt Goldman Sachs nur bei 8,6 Milliarden. Und morgen Stanley bei insgesamt ein Stück drüber. Und ich glaube, 11 oder 11,5 waren es. Ja, auf jeden Fall im Vergleich ganz gute Zahlen geliefert. Und da muss man schauen, wie sich das Jahr hier entsprechend fortsetzt und wie sich natürlich auch die Konjunktur in den USA und auch damit natürlich auch die Zinsen entwickeln. Weil das hat natürlich immer direkten Einfluss auf die Bankwerte. Ja, wer da mehr Informationen zu haben möchte zu Goldman Sachs, haben wir auch in dieser Woche ein Video auf dem Freestooks-Kanal abgelegt und schauen jetzt mal gern nach vorne, was in der nächsten Woche noch ansteht an Quartalszahlen. Da soll eine Tesla kommen. Die ist ja schon mal vom Kurs her ein bisschen in Deckung gegangen vorab. Die ist ganz klar hier unter Druck geraten. Auch in dieser Handelswoche, das ist ja einer der schlechtesten Werte, jetzt auch im Nasdaq im Verlauf diesen Jahres bisher, in den ersten Handelstagen weiter unter Druck geraten. Diese aufwärtsgerichtete Trendlinie, die hat man schon im Verlauf dieser Woche gebrochen. Aber knapp darunter ist jetzt auch ein wichtiges horizontales Unterstützungsniveau. Also wir quotieren aktuell ziemlich genau darauf. Also im Bereich von ca. 209, 210 Dollar ist eine Marke, die uns schon im letzten Jahr das ein oder andere Mal hier beschäftigt hat. Von daher, ich würde noch nicht ganz klar hier auf den Ausbruch, auf der Unterseite spekulieren, sondern die Aktie kann sich hier in diesem Bereich durchaus fangen. Dann stehen in der nächsten Woche die Quartalszahlen an. Und da kann es auch sein, dass wir dann auf einmal ein großes Gap sehen und den Ausbruch auf der Oberseite. Von daher, da ist vielleicht noch etwas Vorsicht geboten, bis nach den Zahlen. Weil ich würde dem Ausbruch hier auf der Unterseite noch nicht so ganz trauen, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Aktie sich hier stabilisiert und dann vielleicht in einer sehr engen Range über die nächsten Handelstage handelt, bis dann am Mittwoch entsprechend hier die Zahlen vermeldet werden. Und dann wird die Volatilität mit großer Sicherheit zunehmen. Und wir werden hier auch einen Ausbruch sehen, entweder unter die 200-Dollar-Marke oder dann vielleicht über die 250-Dollar-Marke. Und ja, wenn die Aktie einmal ins Laufen gekommen ist, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dann kann sich so ein Trend oft lange Zeit fortsetzen. Von daher vielleicht den Ausbruch abwarten und dann trendfolgend in diese Richtung einsteigen. Ja, einmal ins Laufen kommt davon, träumt der Cybertruck. Der wurde jetzt mal mit den Anhängern getestet und kam kaum vom Fleck. Ja, von daher, der Cybertruck macht da Tesla doch noch Sorgen. Und das ist sicherlich nicht das beste Produkt, das man auf den Markt gebracht hat. Es ist sicherlich ein Hingucker auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man sicherlich Modelle, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr den Massenmarkt bedienen als der Cybertruck. Ja, und die werden stetig gesenkt. Auch das Model Y ist in Deutschland noch mal eine Ecke preiswerter zu haben. Vor zwei Tagen kam eine neue Nachricht über die nächste Preissenkung. Da fragt man sich natürlich, ob das immer ausreicht, nur den Umsatz hoch zu kurbeln und auf die Marschen zu verzichten oder die zumindest kleiner zu halten. Wir werden es nächste Woche auf jeden Fall erfahren. Und Elon Musk hat ja noch ganz andere Baustellen. Er möchte ja mehr Mitspracherecht bei der eigenen Firma haben. Genau, von daher darf man gespannt sein, wie sich das Thema weiterentwickelt. Ja, man kann es sich auf der einen Seite erlauben, hier als Platzhirsch und will damit natürlich auch so ein Stück weit die Konkurrenz unter Druck setzen mit diesem Preiskampf. Die Margen werden ganz klar wahrscheinlich wieder sinken. Solange das Umsatzwachstum stimmt, scheint man das zumindest hinnehmen zu wollen bisher. Aber man muss mal schauen, wie weit man dann wirklich auch geht, weil irgendwann ist dann sicherlich auch eine Grenze erreicht mit den Margen, die man nicht unterbieten will. Von daher sicherlich ein spannender Wert für die Quartalzeit und auch für die Pressekonferenz und den Ausblick, den man liefern wird, weil das ist durchaus interessant, wenn man da zwischen den Zeilen auch liest, was vermeldet wird. Ja, wir werden auf alle Fälle auch schauen, was vermeldet wird bei Netflix. Die kommen nämlich auch in der nächsten Woche. Der Streaming-Dienstleister hat ja ganz viel im letzten Jahr umgestellt mit Account-Sharing, da quasi die Einfalltür geschlossen und Werbeaccounts eröffnet für preiswertes Geld. Und da ist noch nicht das Ende verzeichnet. Das Unternehmen hat insgesamt über 200 oder knapp 250 Millionen zahlende Abonnenten weltweit und will jetzt einige Dienste sogar abstellen. Ja, die Aktie befindet sich aber weiter im schönen Aufwärtstrend. Hier hatte Mitte des letzten Jahres ja mit einer längeren abwärtsgerichteten Konsolidierung zu kämpfen. Aber seit sie quasi aus diesem abwärtsgerichteten Trendkanal nach oben ausgebrochen ist, Ende Oktober, Anfang November, gab es auch wieder entsprechend neue Jahreshochs 2023. Und die Hochs hat man jetzt zu Beginn dieses Jahres hier auch schon rausgenommen. Also man hat die 500-Dollar-Marke getestet, ist aber wieder darunter zurückgefallen. Letztendlich konsolidiert hier aber auf hohem Niveau. Und das ist sicherlich eine interessante Marke, die 500-Dollar-Marke jetzt auch für die Zahlen. Und danach sollte die Marke nicht nachhaltig überwunden werden, kann die Aktie vielleicht auch nochmal ein Stück weit mehr zurückkommen hier und tiefere Kursniveaus testen. Ansonsten sollten die Zahlen besser ausfallen als erwartet. Sieht man, dass hier auch auf der Oberseite Potenzial vorhanden ist. Man ist ja noch sehr weit entfernt, auch von den Allzeithochs, die wir hier 2021 bei 700 Dollar gesehen haben. Von daher sicherlich für eine Überraschung gut, sowohl eine positive als auch eine negative. Und dann kann ich mir vorstellen, die Aktie hat ja sehr häufig große Bewegungen hingelegt, auch zu den Zahlen oder dann nach den Zahlen. Und hier wird bestimmt auch die Volatilität in der nächsten Woche zunehmen. Genau, also die kommen nächste Woche. Und vielleicht noch eine Intel, können wir uns auch nochmal abschließend anschauen. Denn die bringen aus dem Chip-Sektor bestimmt nochmal ein bisschen mehr Dynamik mit rein, beziehungsweise neue Impulse, auf die eine Nvidia und eine AMD mit Sicherheit schauen. Ganz genau. Intel sicherlich auch ein interessanter Indikator in der nächsten Woche, die dann hier am Donnerstag in der nächsten Woche Zahlen vermeldet. Die kann sich auch weiterhin sehr, sehr gut halten über diesen Ausbruchsniveaus bei ca. 45 Dollar. Man ist ein Stück weit entfernt jetzt von den Hochs, die wir Ende des letzten Jahres gesehen haben, über 50 Dollar, aber konsolidiert hier auf recht hohen Niveaus. Ich denke, man hat hier eine wichtige Unterstützung. Knapp unterhalb des aktuellen Kurses bei ca. 44,5 bis 45 Dollar. Sollte die Aktie dorthin zurückfallen, doch liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt, kann ich mir vorstellen, dass in diesem Bereich Kaufinteresse aufkommt. Und auf der Oberseite sieht man auch, dass es noch das ein oder andere Kursziel gibt. Auch über 50 Dollar sollten die nochmal erreicht werden. Dann hat man hier noch Hochs aus den Jahren 2021 und 2022, die perspektivisch folgen könnten. Also da ist weiterhin Raum gegeben, sollten die Zahlen die Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen. Da greifen wir die eine oder andere Aktie sicherlich für die direkte Berichterstattung, die mehr in die Tiefe nochmal gehen kann, auch mit Fundamentaldaten zusammen gemischt auf. Und da freue ich mich drauf, Roland. Freue ich mich auch auf die nächste Woche. Sehen wir uns gerne wieder am Montag zum Wochenausblick und dann sicherlich auch mit der einen oder anderen Aktie als Spezialthema im Verlauf der Handelswoche. So machen wir das. Dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, gute Erholung, bis Montag. Danke. Das wünsche ich auch allen bis am Montag. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.